Hallo, ich bin die Sanja von MOVE36. Und ich bin die Carla von MOVE36. Und wir befinden uns gerade auf der Trendmesse in Fulda. Wir möchten uns umschauen, was man hier alles so machen kann. Wir sind schon sehr gespannt. Wir sind schon sehr gespannt. Wir haben uns bei der Messe umgeschaut. Und wir fanden die lebendigen Werkstätten am besten, weil wir da einfach viel ausprobieren konnten. Und das fanden wir richtig cool. Was hat dir denn am besten gefallen? Also mir hat das Fahrradfahren an dem einen Stand sehr viel Spaß gemacht. Und auch das Reaktionsspiel, weil man da einfach was ausprobieren konnte. Ja, das fand ich auch. Alles klar. Dann macht's gut. Tschüss.